Hallo, herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy X Remastered. Ade, Remastered, wie auch immer. Wir sind jetzt im Dorf Beside angekommen, nachdem wir aus dem Wasser gefischt wurden. Und haben mit dem lieben Karl gesprochen. Sollen wir uns ein bisschen im Dorf umsehen, bevor wir was zu futtern kriegen? Machen wir das doch einfach mal. Seltsame Kleidung. Woher kommst du? Du bist neu hier in Beside, oder? Ja. Ich mag Sir Ohel... Ohel... Oheland. Ach du Scheiße. Ich mag Sir Oheland am liebsten. Er erinnert mich an meinen verstorbenen Mann. Oh, okay. Nein, wow, wow. Das muss ich kennen. Wer bist du denn? Woher kommst du denn? Äh, weiß ich nicht. Und? Nein! Oh. Äh, herzlich willkommen, Itemscout. Ähm... Ja? Okay. Erinnern sie uns bald wieder. Natürlich. So, so. Du hast also wegen dem Gift alles vergessen. Na dann werde ich dir etwas auf die Sprünge helfen. Was willst du wissen? Woher weiß der Typ davon? Was ist Sinn? Meine Güte, du weißt nicht mal mehr, was Sinn ist? Die meisten Menschen können ihn nicht vergessen, selbst wenn sie wollten. Sinn ist ein Monster, das vor tausend Jahren erschien und Spearer seitdem verwüstet. Das Volk von Spearer wird von diesem Sinn bis aufs Blut gepeinigt. Du hast also Sinn verletzt. Nun, vielleicht ist das besser so. Hm, das mit dem... Ja, gut. Ja, was für ein Gift. Es ist der verweste Hauch, der aus Sinn entweicht. Wenn man ihn einatmet, werden die Sinne verwirrt. Deswegen verlieren Menschen, die Sinn zu nahe kommen, ihr Gedächtnis. Genau wie du. Was ist Jebon? Hier sind auch die Leitsätze Jebon sinnvollen. Wie furchtbar. Das ist die Lehre, die das von Sinn gepeinigte Volk zur Erlösung führt. Auch du hast nach diesen Leitsätzen geredet, bevor du vom Gift befallen wurdest. Bete im Tempel, damit du dich wieder an die Leitsätze erinnerst. Das ist ein Erkennen. Das ist die Stadt am nördlichen Ende, die einst blühte, aber vor tausend Jahren wurde sie von Sinn völlig zerstört. Die Strafe dafür, dass die Bewohner dank Maschine ein leichtes Leben führten. Keine Tröße. Bevor wir was essen, gehen wir nochmal hier hinten hin, hä? Na du? Wenn du echt betest, verschwindet das Gift. Echt wahr, glaub mir. Wenn man echt betet. Okay. Die Unterkunft der Bürger ist auch für Reisende. Willst du übernachten? Na, nachher vielleicht. Hey, du! Du warst von Sinn, nicht wahr? Recently, war es? Ich glaube so. So, Sinn kann nicht weit sein, nicht wahr? Du bist nicht schüttet, was du? Warum würde ich? Wenn Sinn ist neben dem, wird es sicher schüttet die Isle, aber es hat nicht. Ich frage, warum? Ich bin sorry, ich wirklich nicht weiß, was ich. Um ehrlich zu sagen, ich weiß nicht, was die Crusader sind. Ich bin schüttet, nicht wahr? Sinn, die Toxin. Ich muss ihn erzählen, was wir sind. Ja, Sir! Die Crusader sind besagt, um zu kämpfen Sin. Wir haben Kapitel über Spira, die alle, die in unsere Herausforderung gewinnen wollen. Die hero, Miehen, formed the Crusaders 800 years ago as the Crimson Blades. Later, our ranks grew and we called ourselves the Crusaders. We've been fighting Sin ever since. What? You've been fighting 800 years and you still haven't beat it? Well, we've steered Sin away from towns many times. And that's all we can do. Nobody's ever been able to defeat it. Our mission as Crusaders is to protect the temples, towns, villages, and people of Spira. So, then whose job is it to defeat Sin? Is Sin's toxin really this bad, Sir? It does seem rather bad. We could just tell you, but I think it better for you to try and remember. Go pray at the temple. Perhaps Yevon will help you regain your memory. Okay. Was ist das? Hm. Katzen. Katzen mit Buckel. Erstmal speichern. Katzen mit Buckelhaaren. Hallo, Frau, deren Haare auf einmal durch die Schulter kommen. Um Sin zu entkommen, sind wir weit gereist. Aber einen sicheren Ort gibt es nicht. Wir sollten es besser aufgeben. Na, da fährt das Asch wieder da. Dann gehen wir mal wieder raus. Hm. Wow, wow. Du bist in aller Munde. Naja, in so einem Dörfchen spricht sich das schnell herum. Okay. Diese Beside-Weberei-Produkte sind von guter Qualität. Billig einkaufen und teuer weiterverkaufen. Damit könnte ich gutes Geld verdienen. Aha. Unsere Beside-Weberei-Produkte finden auch auf dem Festland anklang. Solange ich hier lebe, wird nichts an den Traditionen der Weberei rückt. Okay. Das Dorf, in dem ich geboren wurde, ist von Sin ausradiert worden. Okay. Das ist tragisch. Wir haben auch keine Heimat mehr. So, gibt's jetzt Futter? Ah ja. Media. Wo sind die Media? Können wir wieder Items klauen? Wer bist du denn? Woher kommst du denn? Soll ich zu den Arocs oder lieber zur Bürgerwehe? Wer? Bürgerwehe. Die Bürgerwehen. Ey, ich will mit dir... Die will nicht mit uns reden. Blöde Kuh. Wie geht's jetzt einfach hier rein? Es war dann, dass ich in diesem Ort bin bin. Ich bin zu verstehen, wie anders das Welt war von mir war. Ich bin zu verstehen, wie anders das Welt war von mir war. Und meine Beiden? Das ist ein Toxin. Es war lustig, mich zu hören zu machen, immer wieder zu sagen. Lustig, und ein bisschen schuldig. Die Summoner sind die Praktikonierer von ein Heiliger Kunst, verabschieden um die Menschen von Yevon zu schützen. Nur ein gewähltes paar Summoner werden die Summoner, die Aeons hören unsere Wurzeln und kommen zu uns. Sie sind die Wunschung von Yevon. Also was er bedeutet, war, dass wir eine gewisse große Mann oder so. Übermenschliche Opas. Der hat man schon. Wenn du genügend betest, lässt die Wirkung des Gifts nach. Hier rein. Nächster. Nicht mal ein Lexikon oder so. Hm. Okay. Interessiert doch keinen, dass ich einfach in die Gemächer reingehe oder so. Hallo. In den alten Schriften steht nichts über eine Heilmethode für Sinsgift. Wenn du von Yevon gesegnet bist, wirst du das Gift vielleicht los. Achso, man darf also einfach in diese Reime rein. Okay. Hm. Außer der Garde darf niemand in die Hallen der Prüfung. Ah. Keine Garde. Gut. Kann wir jetzt was essen? Okay. Okay. Wie jetzt? Okay. Du kannst auf jeden Fall gucken. Du kannst du gerne sehen, wie sie sind. Du kannst es nicht. Du kannst du gehen. Es ist eine Regel. Aber es ist schon fast. 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 Es ist schon fast. Es ist schon fast. Perhaps you could go look for us. People are searching for him now. Thank you. Who cares whether he comes back or not? But he might die. Fine, let him! Do you... Do you hate him so? But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him. Wer macht eigentlich das Essen, wenn keiner da ist? Ist wieder kein Essen. Was denn das hier? Ist irgendwie gar keiner da. Alle hier. Geht denn immer noch? Aha. Was ist das Essen? Der Summoner hat ihn zurückgekehrt von der Trial. Hä? Na, Apprentice Summoner, wirklich. Hä? There's a room in there called the Cloister of Trials. Beyond is where the Apprentice Summoner prays. If the prayer is heard, the Apprentice becomes a fully fledged Summoner. Remember? Uh, so someone is in there somewhere, and they haven't come back out. Right, I got it. A day's already gone by. Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already Guardians in there. Besides, it's forbidden. Hey, but what if something happens? What if the Summoner dies? Nice. The Precepts must be obeyed. Like I care. Maybe this wasn't such a good idea after all. Nein. Hallen der Prüfung. Jeder, der nach mystischen Kräften sucht, wird in den Hallen der Prüfung examiniert. Wenn der rechte Weg gefunden wird... Wenn der rechte Weg gefunden wird jener in die Kammer der Astra eingeführt. Äh, geführt, ja. Äh. Ich untersuche mit A jene Stellen, die den Weg offenbaren. Okay, hier ist was. Macht es. Es leuchtet. Gut. Hier ist was. Leuchtet auch. Ein mysteriöses Leuchten ist Symbol. Ja, das hab ich auch so verstanden. Anfassen. Ja, okay. Nochmal anfassen? Oben. Na. Gut. Klingt doch schon mal gut an. Von hier an werden Spheroiden benötigt. Spheroid in Sygnark offenbart den Weg zur Kammer der Astra. Der Spheroid Fraktura offenbart den Weg zur Verborgenen Schätzen. Zudem wird ein Spheroid von Beside benötigt. Dann will ich erstmal den Lilanen haben mit den Verborgenen Schätzen. Ja. Toll. Ich krieg natürlich den Insignia. Man kann jeweils nur einen Spheroiden auf einmal tragen. Ich hab zwei Hände, Mann. Tja, ist was verschlossen. Ein Loch für einen Spheroiden. Ja, natürlich. Hab ja nix anderes da. Okay. Ich glaub, die Schriften in der Wand kann ich so weitgehend erstmal ignorieren. Ist das... Ein Loch für einen Spheroiden. Ein Loch für einen Spheroiden. Brauche Spheroiden. Will ich das anfassen? Haha. Richtig gesehen. Okay. Spheroid von Beside gefunden. Nehm. Muss gehen. Jetzt geht die Tür jetzt. Ach nicht. Was tut es denn? Mhm. Man muss einen mit Spheroiden besetzten Altar an die richtige Stelle verschieben. Soll der Altar in die Anfangsposition zurück, muss man auf das Lichtsiegel treten. Kann ich das nochmal kurz rausnehmen? Dankeschön. Ich will nämlich was testen. Gut. Gut, es tut nichts. Da oben eigentlich das Ding auch auf. Die Tür sieht so... Äh, die Wand sieht so dunkel aus. Okay, dann... Dann nicht. Kann ich den hier an der Tür austauschen? Okay. Halt mal. Geht die Tür zu? Sie geht nicht zu. Okay. Ähm... Hey. Warte mal. Könnte man auf den Altar nicht mehrere setzen? Auf die andere Seite oder so? Nein? Nicht? Okay, ähm... Ich will den Grünen mal hier vorne reinsetzen. Jetzt gucken, was passiert. Ich muss alles ausprobieren. War hier hinten überhaupt noch was? Und so eine Wand, die leuchtet. Okay. Scheiße, das krieg ich den Namen nicht mehr raus, ne? Ah, okay. Das ist der hier mit dem geheimen Dingsbums. Mit irgendeinem Versteck. Wie kann ich damit jetzt oben das öffnen? Verdammt. Wäre wohl zu einfach gewesen. Was haben wir denn schönes? Eisenstab erhalten. Wenn man den Spheroidenfraktur richtig Einsatz findet, man versteckt da Items. Ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Muss ich jetzt den aus der Tür eigentlich wiederholen? Und... Ja, genau. Ich habe ja jetzt keinen mehr. So, der muss jetzt hier wieder rein. Damit ich das Ding schieben kann, ne? Gut, dann schiebe ich jetzt mal hier hin. Gut, dann schiebe ich jetzt mal hier hin. Hey, das ist okay. Nur die Spheer, die Spheer und die Spheer können hier hinbekommen. Es ist eine Tradition, sehr wichtig. So, was ist das für dich? Ich? Ich bin ein Guardian. Ein Guardian? Woa, ah! Summoner's going to Pilgrimage to pray at every temple in Spheer. Guardians protect them. The Guardian's in there now. One of them's got a sure fuse. Und wer weiß, was die anderen denken. Well, now that we come this far. Might as well go all the way. Das richtige Ton. Errungenschaft. What are you doing here? Didn't think we'd be able to handle it? No, it's, it's just... See, I told you she gets mad easy. Is the Summoner all right? Who are you? No, 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 no. Oh! Äh! Oh! Ich habe es getan. Ich bin ein Summoner. Ich habe das Gefühl, die Summoner waren alle alte Geyser. Ich bin zurück im Dorf und hier verabschiede ich mich auch wieder. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis denn!